Gleich ein paar adventszeitlichen News für euch. Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Andros, das Scharnwald auf KWO-TV. Und ja, wir haben einen GetShirts Shop und da ist jetzt gerade hier nach dem Motto Punschluss glücklich auch die Winter Sales Aktion bei minus 15%. Das geht noch bis inklusive 15, das heißt also bis Sonntag. Also wollte ich euch hier auch noch informieren, weil ich habe es ja über Social Media schon rausgehauen. Aber ich weiß nicht, wer von euch mir auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt, daher jetzt hier auch noch auf YouTube. Wenn das für euch okay geht, dass hier öfters mal Updates kommen vom Shop, welche neuen Motiven hier hochgeladen werden oder ob eine neue CD in den Shop kommt oder irgendwas auslaufender Posten ist, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, dass es diesen GetShirts Shop gibt. GetShirts Shop ist ja furchtbar zum Aussprechen. Aber dass es diesen GetShirts Shop gibt, das steht ja immer in der Endkarte. Ich blende euch übrigens hier die ganze Zeit auch noch so Motive ein. Ja, also da ist halt jetzt die Frage, habt ihr das schon mal gelesen? Es steht übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Da habe ich ja das Gefühl, es hieß auch kaum jemand. Aber egal, wenn ihr es mitbekommen habt, sagt mir einfach Bescheid. Wenn nicht, schreibt mir das gerne auch. Ansonsten enden wir hier schon die Einblendung mit dem Motto Einfach nur lächeln und trinken, wie auch unsere letzte CD von der Band heißt. Und ich sage euch Tschüss. Allerdings noch als kleine Info, wenn ihr hier die Bier-Advent-Kalender-Verkostung nicht mehr findet, liegt das daran, die sind alle auf Twitch. Täglich 19 Uhr, außer Freitags. Da um 21 Uhr. Wir sehen uns bis die Tage. Tschüss, euer Arnolf auf KWOW TV. KWOW TV 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017